Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Nachdem ich die letzte Zeit ein paar mehr Abonnenten auf meinem Kanal entdeckt habe, möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich heiße Bianca Werner, bin seit mehr als zehn Jahren unabhängige Stampin' Up Demonstratorin und ich möchte euch in meinen Videos immer Erklärungen zu einzelnen Themen geben oder wir basteln was gemeinsam. Heute geht es ums Thema Embossing. Ich werde ja öfters von meinen Kunden gefragt, was ist ein Embossing, wie funktioniert das, was brauche ich dazu und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich heute ein Video für euch drehe, wo ich euch erkläre, was braucht es, wie funktioniert es, was kann man damit machen. Wir fangen jetzt mal an in unserem Hauptkatalog. Das ist unser Jahreskatalog Mai 21 bis April 22 und zwar auf der Seite 128. Findet ihr alles, was ihr dazu benötigt. Das geht mal los bei diesem Versamark Stempelkissen. Das ist so ein durchsichtiges, klebriges Stempelkissen, sag ich mal. Dann braucht mal unser Pulver. Das gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen mit jeweils drei Farben drin. Also entweder Basics, das in eben Schwarz, Klarlack und Weiß dabei oder die Metallfarben Kupfer, Gold und Silber oder ihr nehmt's gar alles. Mit diesem Pulver, da habt ihr wirklich ewig was davon. Ihr werdet es sehen, man braucht ganz wenig Pulver fürs Embossen, also ihr könnt es das immer wieder benutzen. Wenn ihr euch das einmal zulegt, dann könnt ihr ewig embossen. Dann brauchen wir noch den Heißluftfön mit dazu. Der Heißluftfön, wie es der Name schon sagt, der macht es heiß. Ihr könnt es also keinen normalen Föhn benutzen. Das werde ich immer wieder gefragt, aber der normale Föhn, der wird es euch wegpusten. Deswegen braucht man diesen Heißluftfön. Alternativ könnte man es mit einem Toaster machen. Das heißt, man legt das Papier oder hebt es dann so vorsichtig in den Toaster. Das ist vielleicht für den Anfang was, wenn man sagt, ich will es erstmal probieren. Aber ihr werdet sehen, also mit dem Heißluftfön ist es schon tausendmal angenehmer und man verbrennt sich die Finger nicht so und man macht sich auch seinen Toaster nicht schmutzig. Genau, also wie gesagt, die drei Dinge brauchen wir dazu und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. So, ich nehme jetzt einfach mal ein schwarzes Papier, da könnt ihr es am besten erkennen. Ich nehme mir einen Stempel. Ich habe jetzt hier aus dem Set für allerlei Anlässe, das ist eins unserer Celebration Sets. Das gibt es im Moment ab 120 Euro Bestellwert, gratis dazu. Und ich habe jetzt hier den Spruch, ein kleines Dankeschön fürs mitfeiern. Habe ich mir schon auf meinen Acrylblock geklebt. Dann brauchen wir, ja, wie gesagt, dieses Versamark Stempelkissen. Ich brauche meinen Heißluftfön und ich brauche einen Pulver. Ich habe diese Pulverchen bei mir hier in so Schälchen. Also ich habe die letzten Jahre, hat sich bei mir einiges angesammelt. Ich habe noch so alte in Farbe, aber heute machen wir mal in weiß. Wäre super, wenn ihr irgendeine, ja, Tupperschüssel, Schale, was auch immer, so als Auffangbecken, weil dieses Pulver fangen wir hier unten auf und dann kommt es wieder zurück in die Verpackung und deswegen braucht es ganz wenig davon. So, jetzt fangen wir an. Und zwar, ich nehme mein Stempelkissen. Da gibt es übrigens auch einen Nachfüller dazu. Also ich habe ihn bis jetzt noch nicht gebraucht. Also dieses Stempelkissen ist von Haus aus schon sehr saftig, sag ich einmal. Aber wenn ihr das Gefühl habt, es funktioniert nicht mehr, dann kauft es euch den Nachfüller. Aber am Anfang braucht ihr den auf jeden Fall nicht. Genau, dann stempeln wir das Ganze einmal ab. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht mit der Kamera. Ich kann es so ganz leicht erkennen, dass es gestempelt ist. Ja, ihr könnt es jetzt vielleicht auch so ganz leicht. Aber das ist auch egal. Das Papier weiß ja, wo der Kleber ist. Und jetzt gehe ich mit meinem weißen Pulver hier drüber und fange das unten in meiner Schale eben auf. Genau. Wenn es zu wenig ist, gehe ich nochmal mit dem Pulver drüber, aber mir reicht es jetzt. Jetzt habe ich manchmal an der Seite eben so ein paar Pulverreste, wo ich sage, naja, die will ich da eigentlich gar nicht haben. Jetzt gab es früher mal diesen Embossing-Buddy. Da werde ich öfters noch gefragt, warum gibt es den nicht mehr? Also ich persönlich vermisse ihn nicht. Der hätte den Vorteil gehabt, wenn du drüber gehst, dass das Papier nicht so statisch aufgeladen ist und dann eigentlich an diesen Stellen nichts landet. Aber der hat ja immer so einen weißen Film. Also wenn man da drüber gegangen ist, dann wird das Papier halt nicht mehr so schön schwarz, sondern so komisch weiß. Deswegen, wie gesagt, ich brauche den nicht, komme auch ohne den klar. Und an den Stellen, wo es jetzt ist, wo ich es nicht will, ich ploppe hier so dagegen und dann verschwindet es. Wenn es jetzt an der einen oder anderen Stelle noch ist, wo ich sage, naja, da wollte ich es doch auch nicht haben, dann geht es einfach mit dem Finger oder mit dem Pinsel drüber und nehmt das weg. Und dann habt ihr es wirklich nur da, wo ihr es gerne hättet. Genau. Wie gesagt, die Reste kommen jetzt wieder zurück nachher. Das mache ich immer über den Abfalleimer, da schütte ich das über die Ecke hier wieder rein. Aber wir wollen jetzt embossen. Das heißt, ich nehme meinen Heißluftfön, gehe hier drüber. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video erkennen könnt. Ich nehme euch mal mit dem Zoom hier mit rein. Normalerweise, wenn man embosst, man sieht es dann ganz schön, es wird kräftiger weiß. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr es im Video erkennen könnt. Schauen wir mal. Das D, A und N ist jetzt schon fertig. Das sieht man, es ist ein bisschen stärker wie das K. Das ist noch ein bisschen so gräselig. Ich gebe in meinem Heißluftfön immer auf Stufe 2. Ich weiß nicht, warum es zwei verschiedene Stufen gibt. Also, wie würde die eine reichen? Genau. Und dann, ihr erkennt das eben, wo ist es fertig. Und da kann man jetzt wirklich drüber gehen, ohne dass ihr irgendwas verwischt. Also, ich zoome euch wieder raus. So, genau. Also, das geht ganz einfach. Ihr könnt alle Stempel hernehmen, egal ob das Gummi- oder Klarsichtstempel sind. Und vom Prinzip her funktioniert es immer gleich. Egal, ob ihr das jetzt auf schwarzem Papier oder ich werde das jetzt mal noch auf weißem Papier machen. Man kann es auch auf Pergamentpapier machen. Da ist es ja auch immer schwierig mit dem Stempel und da geht es mit dem Embossing eben ganz gut. Und jetzt kann man hier eben dieses Etikett ausschneiden, ausstanzen, wie auch immer. Und dann kommt es auf die Karte drauf. Oder wie in meinem Fall, ich habe hier schon mal ein Kärtchen vorbereitet. Ich habe hier unten das Ganze drauf gemacht. Allerdings nicht mit Embossing, sondern gestempelt. Ich zeige euch mal den Unterschied. Also, es gibt ja auch ein weißes Stempelkissen. Das wäre die Alternative zum Embossing. Dieses Stempelkissen hat keine Tinte, sondern diese Kraftfarbe. Das heißt, das ist ein bisschen barzliger in Anführungszeichen. Man braucht ein bisschen länger zum Trocknen. Genau. Da gehe ich jetzt einfach mal mit meinem Stempel rein. Und seht ihr den Unterschied. Also, das Embossing ist intensiver von der Farbe. Und was beim weißen Stempelkissen ist, da muss man wirklich eine Zeit lang das trocknen lassen. Wenn man da jetzt gleich drüber geht, dann verschmiert das so ein bisschen. Genau. Das geht auch. Also, ich mag für filigrane Sachen, mag ich ganz gerne das Embossing. Finde ich immer die schönere Variante. Aber das weiße Stempelkissen hat schon auch seine Daseinsberechtigung. Genau. Aber beim Embossing kann ich natürlich auch verschiedene Farben. Da kann ich jetzt eben Gold, Kupfer, was ich eben an Pulver da habe, noch benutzen. Gut. Dann möchte ich mit euch jetzt eben sowas machen wie hier auf meiner Karte. Das heißt, auf weißem Papier werde ich mit dem Weiß embossen. Und dann werde ich das Ganze im Motiv mal anmalen. Ich habe hier unser Stempelset entspannte Momente. Finde ich ganz schön in der heutigen Zeit. Ein bisschen Entspannung tut gut. Ich habe mir hier schon eine Dame ausgesucht. Weil es ein größerer Stempel ist, gehe ich jetzt mit meinem Stempelkissen über dem Stempel. Und mache hier genau dasselbe. Ich werde das jetzt schnell in Zeitlupe machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr habt das vielleicht gesehen beim Embossen. Ich versuche immer so ein bisschen vor meiner Hand wegzuföhnen. Weil wenn ich zu meiner Hand hinföhne, dann wird es natürlich heiß. Also immer auch mal an der anderen Ecke packen und dann embossen. Genau, die Stempel, die könnt ihr ganz normal in unserem Stempelkissen reinigen. Da müsst ihr nichts beachten. Wo ist mein Spray hier? Genau, unser Reinigungskissen wird einmal eingesprüht. Dann gehe ich mit meinem Stempel, der vorher im Versamark war, einfach drüber. Stempel noch eins, zwei Mal ab und dann ist es fertig. Das gleiche auch beim weißen Stempelkissen. Das wird zwar dann einfach so ein bisschen weißer, aber das ist alles gut. Und von Zeit zu Zeit reinige ich mein Stempelkissen, indem ich hier einfach Wasser drüber laufen lasse. Eben Wasser oder vom Wasserhahn. Und ich stelle es mir über Nacht auf dem Handtuch so in die Badewanne rein. Und dann ist das am nächsten Tag wieder trocken und sauber. Genau, also wie gesagt, da braucht es auf einmal embossen jetzt nicht ein extra Reinigungskissen oder so. So, jetzt wie koloriere ich das Ganze? Und zwar, ich habe hier meinen Wassertankpinsel. Der ist ja mit Wasser hier unten gefüllt. Und da kann ich mit einem Pinsel alle möglichen Farben benutzen. Wenn ihr jetzt mit Gelb anfangen möchtet, oder wenn ihr Gelb benutzen möchtet, dann würde ich empfehlen, immer mit der hellen Farbe anzufangen und sich dann noch durchdunkel durchzuarbeiten. Das funktioniert so. Ihr drückt dieses Stempelkissen ganz fest an die Rückwand und dann landet hier Farbe. Ihr könnt es dann auf euren Wassertankpinsel drücken. Dann kommt unten ein Tropfen Wasser raus. Da ist es jetzt bei mir schon flüssig, weil ich es vorher schon gemacht habe. Und dann könnt ihr diese flüssige Farbe von hier aufnehmen und könnt es, ich mache hier mal einen grünen Pulli, hier einfach drüber malen. Das Schöne ist, da kommt das Embossing jetzt noch mehr zur Geltung, wenn ich da mit meinem Wassertankpinsel drüber gehe. Das hat einen ganz schönen Effekt, finde ich. Wenn ihr anfangt, mit dem Pinsel zu malen, an der ersten Stelle ist es natürlich am dunkelsten und dann wird es immer heller. Deswegen, ich male jetzt meinen Pinsel hier auch aus, bis eigentlich so gut wie keine Farbe mehr drin ist, weil dann kann es in die nächste Farbe gehen. So, da kriege ich jetzt ein rosa Oberteil. Das wird schon ein bisschen trockener, da mache ich einen trocken Wasser rein. Äh, eine rosa Rose bekommt ihr. Genau, ich habe da einfach ein ganz normales weißes Papier jetzt hergenommen. Ähm, man könnte auch Aquarellpapier hernehmen, aber ich gehe da jetzt nicht 20 Mal drüber. Also, so viel Wasser landet da jetzt auch nicht. Und deswegen geht das auch mit dem normalen Papier. Jetzt mache ich noch blau im Hintergrund. Da, das Fenster. Ich habe gesagt, es wird immer heller, je länger ich male. Ich kann dann natürlich noch mal Farbe aufnehmen. Und dann machen wir noch einmal braun, das wird dann dieser Fensterrahmen da hinten. Und dann habe ich meine Farbe aufnehmen. Auch schon koloriert. Ich will jetzt wahrscheinlich noch die Haare. Naja, ich kriege noch braune Haare. So, jetzt schaut es besser aus. Und da ist eben auch so dieser Schimmer hier, ihr erkennt das. Das weiß vom Embossing kommt toll raus. Also, ich finde, das ist echt eine coole Technik mit diesem Embossing. Ja, ich habe auch schon mal in der Vergangenheit Karten gebastelt mit Embossing. Also, das waren jetzt hier weihnachtliche Dinge. Da habe ich so, ich glaube Kupfer war das. Oder Gold. Da habe ich Designpapier embossed. Also muss man immer Farbkarton sein. Und da kann man das eben auch schön erkennen. Das glänzt auch so. Oder ich hatte auch mal einmal diese Karte mit der Handtasche innen drin. Da habe ich auch ein Video dazu gedreht. Und da habe ich jetzt in Silber den Spruch embossed auf Farbkarton. Genau, also da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, auch beim Pergamentpapier funktioniert es genau gleich. Ja, mehr kann ich euch dann, glaube ich, gar nicht dazu erzählen. Das war es schon. Also, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, nicht. Wenn man weiß, wie es geht. Die drei Sachen braucht ihr dazu. Eventuell noch die Aquarellstifte, wenn ihr kolorieren wollt. Oder was hat ein Pinsel. Und, ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Hat euch, ja, ein bisschen weitergebracht mit dem Thema Embossing. Ich würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Oder über ein neues Abo auf meinem Kanal. Und wenn ihr natürlich was bestellen wollt, würde ich mich auch sehr freuen. Ich meine, davon lebe ich. Ihr könnt es bei mir im Online-Shop bestellen. Oder direkt bei mir. Meldet es euch. Ich helfe euch da gerne. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß beim Nachbasteln. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.